Hallo, heute erzähle ich euch alles, was ihr zu Netzumschaltungen wissen solltet und später im Video gehe ich auch noch darauf ein, was für Sicherungen ihr auswählen solltet. Hier seht ihr den Bauplan, der wahrscheinlich am weitesten verbreitet ist. Da ist das Ladegerät im blauen Teil außerhalb der Box und Akkusicherung und Schalter im Inneren der Box, das ist hier rosa dargestellt. Und dann rechts geht es noch weiter zu der restlichen Elektronik, das wäre dann vorrangig der Verstärker, aber auch sowas wie Beleuchtungs-LEDs oder sowas. Wenn das Ladegerät angesteckt ist, das könnte man zum Beispiel über einen Hohlstecker machen, wird der Akku auf jeden Fall immer geladen und dann kann man zusätzlich über den Schalter die Box noch ein- oder ausschalten, wie man möchte und da gibt es auch normalerweise keine Probleme, wenn man den Verstärker betreibt während der Akku lädt. Und damit hat man eine relativ einfache Möglichkeit, den am 230 Volt Netz zu betreiben. Je nachdem, wie stark das Ladegerät ist, wird es eventuell nicht reichen, um den kompletten Bedarf vom Verstärker zu decken, aber meistens wird dann die Laufzeit so weit erweitert, dass es dann trotzdem für einen kompletten Abend auch voller Lautstärke reicht, je nachdem natürlich wie groß der Akku und wie stark das Ladegerät ist. Aber im Großen und Ganzen ist es halt relativ universal und es ist halt eben schon in eigentlich allen Boxen verbaut. Wenn einem die Variante mit dem Ladegerät als Netzteil nicht elegant genug ist, kann man natürlich immer noch ein externes Netzteil dazu schalten. Da muss man aber aufpassen, weil sich Netzteile generell eigentlich nicht als Ladegerät für den Akku eignen. Das heißt, man muss aufpassen, dass das Netzteil nicht aus Versehen den Akku lädt. Und hier ist es jetzt so dargestellt, dass das Netzteil im Inneren der Box ist. Das könnte man aber natürlich genauso gut auch außerhalb der Box machen. Da muss man allerdings aufpassen, dass man nicht aus Versehen, wie ich gerade eben gesagt habe, Netzteil und Lader vertrauscht. Das heißt, da würde ich verschiedene Stecksysteme nehmen, zum Beispiel eine Zigarettenanzünderbuchse für das Netzteil. Die sind auch relativ hoch belastbar. Und dann den Hohlstecker für das Ladegerät. Im Inneren der Box hat man dann einen Umschalter. Da reicht auch wieder ein einpoliger aus. Und der Umschalter hat dann in dem Fall hier wahrscheinlich drei Stellungen. Eine ein, eine aus und noch eine Einstellung. Und je nachdem, welcher Kontakt gerade durchgeschaltet ist, bekommt der Verstärker, der dann wieder auf der rechten Seite wäre, sein Strom vom Netzteil oder vom Ladegerät. Ladegerät und Akku haben wieder dauerhaft Verbindung. Das heißt, da ist kein Schalter, der so unterbrechen muss. Und zwar, damit man eben auch die Box laden kann, während die Box ausgeschaltet ist. Der Schaltplan hat natürlich einige Nachteile. Zum Beispiel hat man zwei Stecker, die nach außen gehen. Und man muss auch mit dem manuellen Umschalter eben immer umschalten. Das geht auch noch ein Stückchen eleganter. Und zwar mit Relais. Und das seht ihr hier. Da ist dann alles innerhalb der Box integriert. Das hat aber natürlich den Nachteil, dass man selbst mit 230 Volt hantieren muss, was vielleicht für komplette Anfänger dann eher ungeeignet ist. Man muss sich damit eben schon ein bisschen auskennen, weil eben davon Lebensgefahr ausgeht im Gegensatz zu 12 Volt. Gut, dann seht ihr hier, dass Ladegerät und Netzteil direkt miteinander verbunden sind auf der 230 Volt Seite. Ladegerät und Akku sind aber dieses Mal durch einen Schalter getrennt. Das liegt dann an folgendem. Die meisten Ladegeräte haben zum Beispiel eine LED verbaut und diese LED leuchtet, wenn das Ladegerät eingeschaltet ist oder es Power hat einfach. Jetzt ist es allerdings so, dass man das Ladegerät auch aus der Steckdose rausziehen kann. Und wenn es am Akku angesteckt ist, leuchtet diese LED immer noch. Das heißt, man muss aufpassen, dass die Box im ausgeschalteten Zustand auch wirklich komplett aus ist. Dafür ist dann das Relais zuständig. Das Relais kann man sich als Art automatischen Schalter vorstellen. Wenn an dem unteren Rechteck mit dem Strich durch eine Spannung anliegt, dann wird der obere Schalter oben drüber oder die zwei Schalter oben drüber rangezogen und somit wird umgeschaltet. Und hier in dem Fall ist es jetzt so, wenn das 12 Volt Netzteil keine 12 Volt liefert, weil das nicht in die Steckdose gesteckt ist, dann liegt an dem unteren Rechteck auch keine Spannung an und es ist der momentan dargestellte Zustand. Und da sehen wir, dass das Ladegerät nicht mit dem Akku verbunden ist und der Verstärker bekommt seinen Strom vom Akku. Wenn jetzt 230 Volt am Netzteil anliegen, liegen 12 Volt am Relais an und der Schalter schaltet um, dann bekommt der Verstärker seine Spannung vom Netzteil und Ladegerät und Akku haben eine Verbindung. Und dann gibt es natürlich hinten dran immer noch den ganz normalen Ein-Aus-Schalter, aber das ist eben nur ein einpoliger Schalter mit zwei Stellungen, eben die Ein- und die Ausstellung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welches die richtigen Relais sind. Bei Reichelt bestelle ich meistens meine Elektronik und da gibt es bei Relais zwei Arten, die in Frage kommen. Entweder die Miniatur-Relais oder die Print- und Steck-Relais. Alle anderen Relais sind entweder ungeeignet oder wahrscheinlich für die Anwendung von mobilen Boxen viel zu groß. Die Miniatur-Relais sind, wie der Name schon vermuten lässt, relativ klein, aber die können dann eben auch nur einen kleinen Strom schalten. Das reicht für die meisten Boxen aus, sowas wie die tragbaren Tenöre oder auch ein Kinter MA 700 müsste man mit den meisten Modellen auch schalten können. Und wenn es dann ein bisschen größer wird oder wenn man einfach auf Nummer sicher gehen möchte, dann nimmt man sich ein Print- oder Steck-Relais. Jetzt bin ich hier bei Print- und Steck-Relais. Da wählen wir oben bei Ausführung direkt mal zweimal Wechsler aus, weil wir nämlich ein Relais brauchen, das zwei Schalter direkt integriert hat. Und das müssen auch Umschalter sein. Es reichen zum Beispiel keine Schließschalter. Und hier bei dem allerersten Relais, da sehen wir, dass die Schaltspannung bis zu 300 Volt Gleichspannung sein könnte. Das nutzen wir natürlich annäherungsweise nicht aus. Und die Voltage DC, was hier angegeben ist, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und das ist nämlich die Spannung, mit der die Spule betrieben werden kann. Wenn ich die Spannung zu niedrig mache, dann reicht das Feld der Spule nicht aus, um den Schalter umzulegen. Und wenn man die Spannung an seiner Box so hoch hat wie die angegebene Spannung, dann brennt die Spule eventuell durch. Dann gibt es als nächstes den Innenwiderstand. Der sollte möglichst hoch sein, damit einfach der Ruhestrom des Relais möglichst gering ist. Aber das ist jetzt wirklich was, was man nur auswählt, wenn man zwei ansonsten gleiche Relais hat. Und dann der Strom. Das ist der Strom, der maximal geschaltet werden kann. Das sind in dem Fall von dem ersten Relais hier direkt 8 Ampere. Und dann ist es zugleich auch noch eins der günstigsten Relais, die überhaupt in Frage kommen. Das heißt, dieses allererste Relais ist wirklich super geeignet für die allermeisten Lautsprecher. Ihr habt in den Schaltplänen ja jetzt schon ein paar Sicherungen gesehen. Ich setze die Sicherung immer hinter jede Spannungsquelle, außer hinter das Ladegerät. Weil das Ladegerät kann sowieso keinen unendlich hohen Strom liefern. Außerdem ist es auch relativ fehlerunanfällig, weil eben die Zuleitungen sehr simpel sind. Und es gibt keine relativ komplizierten Bauteile, wie zum Beispiel in einem Verstärker, wo mal schneller ein Kurzschluss passiert ist. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann setzt ihr direkt in das Ladegerät auch nochmal eine Sicherung. Es ist immer hilfreich, die Sicherung auch nicht nur elektrisch gesehen direkt hinter die Quelle zu setzen, sondern auch wirklich in eurer Box, weil dann die Zuleitung zur Sicherung möglichst kurz sind und deshalb auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Fehler passiert, relativ gering ist. Bei Sicherungen gibt es bei Reichelt wieder einige Auswahl, aber ich verwende da in letzter Zeit meistens die FKS- beziehungsweise KFZ-Flachsicherung, die man aus jedem Auto kennt. Früher habe ich immer die 5x20 mm Feinsicherung verwendet, aber in letzter Zeit nehme ich lieber die KFZ-Sicherungen, weil die robuster sind, besser erhältlich sind, auch vor Ort, weil die Feinsicherungen wüsste ich jetzt nicht, in welchem Laden ich die bekommen sollte. Und Flachsicherungen gibt es wirklich bei den meisten Tankstellen im Baumarkt überall einfach. Die Größe der Sicherung hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen, wie viel Strom im Falle von einem Kurzschluss überhaupt fließt und wie viel Strom im normalen Betrieb fließt. Da die Sicherung im normalen Betrieb nicht rausfliegen soll, ist es natürlich klar, dass da der Strom größer sein muss, als der, der eigentlich fließt. Und im Falle von einem Kurzschluss muss die Sicherung eben auf jeden Fall rausfliegen. Das heißt, die Sicherung muss kleiner sein als der Kurzschlussstrom. So weit, so gut. Jetzt ist das natürlich alles ein bisschen schwierig herauszufinden. Aber ich sage mal, zum Beispiel für einen Kinter MA 700 oder für einen TA 2024 reicht eine 4 oder 5 Ampere Sicherung gut aus. Aber mit den meisten Akkus reicht oder geht auch eine 10 Ampere Sicherung, weil die meistens mehr als 10 Ampere liefern können. Es ist natürlich auch schwierig zu testen, wenn ihr einen Akku habt. Aber ich würde auch eher sowieso am unteren Rand bleiben, damit ihr auf Nummer sicher geht, dass beim Kurzschluss die Sicherung rausfliegt. Wenn ihr die Auswahl zwischen trägen und flinken Sicherungen habt, solltet ihr eher die trägen Sicherungen wählen. Das hat den Grund, durch die Musikbelastung kommt schnell mal zu Leistungsspitzen und die könnten ansonsten eine flinke Sicherung zu schnell raushauen. Und da sind die trägen besser, weil da muss der Strom ein bisschen länger fließen, dass die Sicherung auch wirklich durchbrennt. Ja, das war's soweit zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, Leute. Tschüss!